guten tag und herzlich willkommen zurück hier und wir gehen ins level wir die schönen ladebildschirme mögen wieso bist du hier runter gehüpft eigentlich ja und dann will sie auch noch nie und dann bin ich auf jeden fall mit ins level reingeschwebt geschwurft ja sehr schön so so natürlich bei mir dabei wieder mago der alte held der alt der held vom erdbeerfeld mal sehen wie weit wir hier heute kommen ja vielleicht werden wir ja auch fertig heute das glaube ich noch nicht ja bei uns dann noch zwei oder drei levels abgehen oder ja die müssen uns dann auf der karte erst mal anschauen stimmt nach dem level gehen wir auf die karte muss mich immer von dir abtrennen musste mich aber noch mal erinnern dran mal sehen so ach das blubber ist ja doch ein bisschen genervt hat die frage war nur hier da willst du auch waren ach da sind worte da ist sind sticker im hintergrund ach den hätte ich beinahe übersehen tja dafür hast du ja mich ich nehme die flosse nach mal ich habe noch drauf geklatscht okay 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 dann zieh mir mal was an ja dahinter oder so keine ahnung scheiße töte dich töte dich ja bin dabei halt die gusche das will sie nicht es ist glaube ich eine der nervtötendsten personen im ganzen spiel oder musst du erst mal auf den fisch hier runter vorher weil er ist ja auch da rausgekommen wo also auf den fisch kommt kommt man nicht okay oder hoch ach da geht es oben hinter weiter hat jetzt nicht so ausgesehen vielleicht hat sich ja jetzt das komplette level geändert dass wir hier bleiben sollten minster ja naja probieren wir es aber ich glaube es aber bald nie waren hier nicht auch solche bläschen nee aber hier sind das level hat sich geändert weil jetzt muss man es mit den schuhen spielen das kann ja ich habe übersehen dass da wasser ist war aber das letzte mal nicht so ich wurde zerquetscht witzig das findest du wieder lustig ja mago wie er leibt und lebt ja immer sagen wie immer nicht gehässig schadensfroh ach die bubbles wurden weggenommen jetzt verstehe ich dieses kreuz oh man so ist hier irgendwas warte mal links nein hätte aber sein können ja da haben sie da oben sind bubbles eine ich bin gestorben und in einem bubble nimmt die niemand mit toll na gut wegen im bubble geht es mal weiter ja das ist jetzt nicht so schlimm da ist wieder ein bubble das hand und wie kommen die dann immer daher ja weil wirklich die dinger wechseln ja hier geht es aber hinter ach so ich glaube die wuschel hat man schon ja es ist in das haus danke und ja okay darum ist kein bubble aber da ist was zum ziehen ach so da geht es rein das war aber glaube ich schon immer so naja mache ich das halt wieder mal alleine ja doch genau so auf der linken seite war wie mal zwei aber hier haben wir alles ja sieht so aus sieht so aus dann gehen wir rechts lang ah ja der lachs da war ja was ja genau man kann sich dumpf daran erinnern ja lecker lachs ist mehr lachs gehen aber ein werbespot wirklich ewig her auch mensch ganz schön fett geworden ist hier noch irgendwo haben da ja was gefunden auch ist ja schön so wenn man dich mal hier raus danke und dann geht es hier rein ich schweb hier rüber ich habe wegen der raupe einfach mal los gelassen so nur kommen schon mal machen ja ich hatte angst vor der raupe muss ich danach ja weil du keinen boden gerührt hattest seitdem ach so dann kannst du ja nicht mehr ich bin tot hast dich nie festgehalten doch eigentlich schon aber wahrscheinlich naja egal wahrscheinlich wohl doch nicht so boden berühren so jetzt aber muss ja jetzt mal werden hier schluss mit lustig aber hier du hast du durfte nicht auf den schleim kommen so ist es super war das ergibt sind ich bin drüben wird aktiviert da wäre ein knöppes hinten ja ich will dass wir hier hintergehen jetzt irgendwas wirklich naja dann drück den knopf aber ich dachte vielleicht ist hier hinten was da noch so eine mies muschel ja die hole ich da muss man wieder mit dem ja super ein heistiger kurzer ne der schulcheck hat natürlich wieder nie geklappt hä also ich verstehe dieses menü nicht das ist echt da musst du erstmal weg scrollen mit dem rund menü und wieder hin scrollen und dann geht's weiß das tatsache albern ja falsch programmiert einfach aber das sind wir ja mittlerweile von diesem schluss gern gewohnt ich mache es dir nach sehr schön gott dann jetzt aber ja auch oder auch nicht nö so ich bin oben kommen wir uns bestimmt unten raus ah moment so und ranhängen ja oh wir werden schon wieder rum genutzt das mal zwei müssen wir haben ja ja das haben wir ja haben wir alles ey hab ich dich jetzt eingesperrt ja hast du cool fährt mich hier einfach rein was soll denn die frechheit so und hier glaube ich kommt doch dann in level wo wir uns schnell beeilen müssen mhm wenn ich mich nie täusche oh auf einmal ist die plattform weg ja die plattform war auf einmal weg ja ja warte mal da geht's hin da geht's weiter genau ja ich hab's gesehen das Bild wer sieht das behalten pff dann ist es halt so aha so wunderschöne sticker den wollte ich doch nicht hast du aber aufgesetzt doch schuhe funktionieren die schuhe muss man immer checken ob man sie an hat no bin ich auch wieder da nein ich komm hier mal ganz ja ja ich runter so hallo sind wir hier da geht's weiter und hier müssen wir jetzt beilen ah stimmt das wasser ging hier nach oben hat das schon mal gut geklappt ja von so im netz dort ist es doof ja los äh super ich hab nie mal naja da musst du eher eins noch mal loslassen als das funzt naja dann mach mal ah oh nein was denn jetzt ich hab ich hab ich hab den bubble nicht eingesammelt den hat man doch ne ich nicht oh ich wollte es nur mal erwähnt haben da bleib ich an dem scheiß gaumenzäpfchen weg und es gehen schon langsam die leben aus ja mann und wieder an dem scheiß gaumenzäpfchen komm gar nicht erst da drüber mit den schuhen das ist total bekloppt okay na dann mach mal ah super ansonsten haben wir eh fast alle bubbles bin ich mir sicher bin mir da fast sicher weil wir äh haben jetzt so viel eingesammelt und ich glaub wir hatten schon 70% oder irgendwas nein ich spring zu kurz naja ja egal wir wollten ja eh zurück zur Karte genau und dann schauen wir mal schnell so ich hab Husten Husten wir haben ein Problem abartig sowas Husten zu haben ja tut mir leid ekelhaft das nächste Mal kommt sowas nicht mehr vor das hoffe ich ähm mein Sackboy kommt in Stimmung öh ja denk ich mir auch gerade uah wie sieht das dann aus wie ein Wattestäbchen ha 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 und er verspritzt Watte öh ja hm so wo ist das jetzt hier noch was oder ja ich seh die Karte sehr schön so ich weiß aber nicht mal wie das Level heißt ich auch nicht das ist ja mein Problem so in dem großen Hauptlevel habe ich gesehen haben wir nur 54% ja da müssen wir nochmal gucken irgendwo ist da noch was ja ein bisschen was ja nicht viel aber ein bisschen etwas so Wolkenkarawane wird es nicht gewesen sein die Wolkenkarawane ne irgendwas mit Fisch Turm des ähm Maskenherstellers nein ist das zweite Bauch der Bestie ist es 91% haben wir da jetzt naja alles in Ordnung dann fehlt die Wolkenkarawane noch da haben wir 72 ja ich glaube die weiß ich wo die ist sogar und ja da können wir ja jetzt direkt reingehen ja und gesprengte Ketten äh 67% na dann go rein da in äh die Wolkenkarawane erstmal in die Wolkenkarawane ja die machen wir heute noch ja alleine spielen alleine spielen und jetzt kommt wieder ein Ladebildschirm meine Damen und Herren wow denn ich rühre gern im Topf ja das bringt alles in Ordnung hatten wir schon mal ein Ladebildschirm der gleich war ich glaube nicht ne kurios sowas das ist ja wieder kurios es ist schon ziemlich äh selten so gut ach man aua aber irgendwann muss man sich auch mal strecken und man aufnimmt und dann die ganze Zeit nur so sitzt oh mein Gott nicht gut wenn man sich streckt wenn man nur so sitzt man muss sich ja strecken die Bewegung aha oh na bring doch mal ein bisschen schneller was ach das war das Level wie viel Prozent hat man da äh nicht so viele keine Ahnung weiß doch nicht mehr ist ja blöd magst du Level nie ich eigentlich auch nicht so vor allem wie haben wir da Bubbles übersehen da hast du sie auch noch nie halt R1 gedrückt und bewege den linken Stinker noch mal zucken stimmt erst mal den Knopf drücken toll so ich bin du wer noch ja man lernt mit der Zeile mittlerweile auch diesen Sturzflug ja ich werde hier eingesaugt ich auch ich habe jetzt auch keine Bubbles mehr gesehen irgendwo nee ich bin jetzt auch noch nicht muss doch aber irgendwo was sein du erwartest nicht dass deine Königin etwas für dich trägt oder kann es sein dass die ganz schön nah wie es die Bubbles haben wir auch ja Hammer hallo na wo muss man hin nach oben müssen wir eben auch da die euch wohl gesehen nicht jetzt geht's auf jetzt können wir hoch die haben wir da ja die haben wir nochmal alle eingesammelt kriegen wir jetzt hier weiter achso einfach nach oben war zu einfach ne ich bin bestimmt wieder an der falschen Ebene du bist unten ja das könnte sein ja wie komme ich denn vor weiß ich nicht ich bin hier durchfläben ja hä ist ja gut komm nicht höher in die Ebene sterb einfach ach natürlich ich bin natürlich fixiert ah jetzt ging's ja stimmt ja die Bomben geh mal weg da geh mal weg da ich wusste die nimmer nein die nimmer nimmer nicht oh die wollte ich aus dem Flug greifen haben wir hier alle Bubbles oh ich hab aufgemacht die Hammer da ich bin nochmal drüben so ich wollte einfach mal einmal da hochfliegen und zu gucken wo eventuell ein Bubbel ist voll gegen den ja gegen den Strom gegen den Strom schlussmarin ström mainstream Lars lass mal rein ström ach das war ich ja du stirbstes öfteren den Bubbel haben wir auch den auch krass die hat man auch es sind ja nicht viele Bubbles in dem Level also ich glaube wenn wir einen Sticker oder was finden dann ich weiß aber leider nicht wo ja ein Sticker stimmt mehr ist ein Sticker wie kam ich jetzt dahinter warte mal weiter rechts oder kommen wir da erst hin aha okay oh hä oh die Bubbles da hinten haben wir auch ja da haben wir ein Knöppes da sind mal zwei oh wir hätten nochmal zurück gehen nochmal zurück da sind mal zwei da oben ja ich sehe es ja dann gleite ich ich bin schon da kommst du ja weil du ja grandios gestorben bist ah das haben wir nämlich übersehen da bin ich mir sicher so Ena muss das hier machen ja du fliegst ja Dur Dur wollte ich sagen da kommst du ich glaube ja dass du dann trotzdem Dur fliegen musst ja ne ne die Bälle kommen dann runter hey lass mich raus hier nö kommst du oder was ist los ja bin ja da wenn du mich nicht eingesperrt hättest du Volkboss tja ich mach's nur so wie du ich hab dich bis jetzt noch nie eingesperrt nö das ist richtig also aber andauernd kommst du wenn ich gar nicht kann wenn ich noch nie mal raus bin wenn du immer so lange brauchst nö dann auch ich nix für also ich hab's nicht angesehen ich hab's gesehen was ich war nicht mal in der Nähe also mich ansenken hätte können geh mal dann weiter rechts ist da was nö nö sieht nicht so aus sehr komisch hier ach so ah ok und dann da rein ja ich werd doch gern angesaugt aha so ok die haben auch links nichts also viele Bubbles haben wir hier ich warte hier mal auf dich na toll mach ruhig super ich warte nie wieder auf dich ja da könnte man was übersehen haben oh scheiße hängen geblieben scheiße ah da oben kam ich raus du bist noch ja ach wir leben alle noch ah da hinten ist Bubbel ich hab einen mitgenommen noch schön oh ok boah ich werd hier rausgeblasen wie viel Prozent haben wir denn jetzt wir sind ja einfach ins Ziel gekommen 82 nur das ist ok passt eigentlich passt eigentlich so wir sind fertig mit der Folge wir brauchen unsere Zusehen und sagen ciao bis zum nächsten Mal ciao